Hey Leute, ich bin Suleb Bjarne von Tennis Point und wir befinden uns gerade im Tennis Point Store Essen. Hinter mir steht hier der neue Schlagsimulator und dazu habe ich auch Dirk dabei und der erzählt euch jetzt mal ganz genau, was man hier alles machen kann. Hallo ihr Lieben, also wir nutzen diesen Schlagsimulator hauptsächlich beim Schlägerverleih. Man kann sich ja bis zu drei Tennisschlägern bei uns pro Person ausleihen. Manchmal wissen die Kunden nicht genau, ist das was für mich, kann das was sein? Dann gehen wir mit den Kunden runter und können zumindest mal hier so den ersten Eindruck vermitteln. Der Kunde kann sich nochmal entscheiden, vielleicht nochmal einen Schläger austauschen und wie das funktioniert, zeige ich euch jetzt mal. Also wie ihr sehen könnt, haben wir verschiedene Modi, die wir einstellen können. Wir können Vorhand, Rückhand, Vorhand, Rückhand im Wechsel, Volley, Service, das lassen wir teilweise weg, weil es hier ein bisschen flach ist und wir den Beamer nicht von der Decke holen wollen. Ich stelle jetzt mal Vorhand für mich ein und werde euch mal demonstrieren, wie die Simulation hier funktioniert. Wir haben hier die Möglichkeit, in ganz normaler Schlaggeschwindigkeit wirklich den Simulator zu nutzen. Also hier muss keiner Angst haben, dass hier irgendwas passiert. Ich kann ganz entspannt durchschwingen. Und das System zeigt mir auch, wo der Ball auf der anderen Seite gelandet wäre. Ich spiele jetzt mal extra einen Ball ins Aus, damit ihr das auch mal seht. Dann seht ihr Out. Extra hinten im Aus. Also er rechnet alles um. Und der letzte war sogar ein perfekter. Jetzt ist die Serie, die ich gerade gespielt habe, von dem System ausgewertet worden. Das heißt, ich kann jetzt sehen, wie schnell war meine schnellste Vorhand. Ich kann sehen, wie schnell waren meine Vorhände im Durchschnitt. Ich habe sogar angeblich vier perfekte Vorhände geschlagen. Das ist sehr, sehr spannend. Jetzt müssen wir einmal auf die andere Seite gehen. Ihr erinnert euch vielleicht, ich habe ja zwei Bälle extra ins Aus gespielt. Jetzt zeichnen wir auf einem großen Display auch nochmal an, wo die Bälle gelandet sind. Das waren die beiden Bälle, die ich bewusst ins Aus geschlagen habe. Also der Apparat ist sehr, sehr genau. Und einige Bälle seht ihr auch hier. Da hätte ich noch locker drei, vier Meter länger spielen können. Aber die meisten waren im Feld. Also kommt rum, jederzeit. Ich kümmere mich um euch. Wir werden den richtigen Schläger für euch finden. Mit Unterstützung dieses Simulators. Also das war es mit dem Schlagsimulator hier im Tennis Point Store Essen. Danke an Dirk für die Erklärung. Sehr gerne. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Ich freue mich darauf, euch demnächst hier im Store Essen begrüßen zu dürfen. Genau. Schreibt gerne wieder Fragen, Anmerkungen unten in die Kommentare. Lasst einen Daumen nach oben da. Ein Abo da, um mir die weiteren Videos natürlich nicht zu verpassen. Und wir sehen uns im nächsten Video. Ciao. Advantage U.